Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit Borussia Dortmund. Der sechste Spieltagsjahr und zwar müssen wir gegen den Hamburger SV, aber bevor wir da hingehen, schauen wir nochmal ganz kurz ins Büro rein, weil ich will nur bei den Verträgen ein bisschen was verhandeln. Und zwar, ihr habt es mir geraten, ich soll Robert Lewandowski mal verlängern. Schauen wir doch mal rein. Und zwei Jahre will er verlängern, er wird nicht mehr gehalten, das ist schon mal schön. Und er bleibt natürlich essentieller Stammspieler. Okay, fragen wir einfach mal an, ob er Lust hat. Wäre natürlich wichtig, wenn er bleiben würde, weil er hat ja nur noch 10 Monate Laufzeit. Gut, jetzt haben wir es uns soweit gemacht, jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Spiel rein. Wie erwähnt, wir spielen gegen Hamburg, wir spielen in Dortmund, das heißt, wir spielen im Heimtrikot, genauso wie der HSV. Taunus haben wir Mainz gegen Schalke, Schalke ist ja momentan Tabellenführer. Gut, kurzen Blick auf die Aufstellung, hier habe ich die Top-Leute reingeschmissen, weil gegen den HSV ist ja das absolute Top-Spiel, weil die sind ja momentan bis auf Platz 4 vorkommen, also es wird auf jeden Fall eine anstrengende Begegnung werden. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert, schicken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Und damit geht es los. Borussia Dortmund empfängt zu Hause im Signal Idunabak den Hamburger SV. Und es ist natürlich das Top-Spiel am sechsten Spieltag, denn hier trifft Borussia Dortmund momentan der Tabellendritte gegen den HSV. Die befinden sich momentan auf dem fünften Tabellenplatz, beide mit 12 Punkten, also es wird auf jeden Fall eine brisante Begegnung. Denn wer heute gewinnt, hat auf jeden Fall die Chance auf die Tabellenspitze, aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir heute noch lange nicht, jetzt müssen erstmal die 90 Minuten gespielt werden. Hier sehen wir es, Mats Hummel ist wieder im Blickpunkt. Er natürlich auch in letzter Zeit gut in Form in der Innenverteidigung, hält der Montagne Bude ziemlich gut zusammen. Und natürlich sieht Nagel Idunabak wieder restlos ausverkauft, wie so oft in dieser Saison, wie Jakub Lasikowski. Natürlich, es wird eine harte Begegnung werden für die Dortmund. Die letzten drei Spiele konnten sie ja alle gewinnen. Und heute gegen den HSV soll der nächste Sieg her. Aber wir werden gespannt sein, ob sie das schaffen. Hier jetzt erstmal die beiden Kapitäne bei der Platzwahl. Und jetzt schauen wir einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle. Hier sehen wir schon Schalke momentan Tabellenärster. Dann Dortmund auf drei. Allerdings der zweite hat schon ein Spiel mehr. Also wenn wir heute gewinnen sollen, dann haben wir fast schon die Chance auf die Tabellenspitze, wenn Schalke patzen sollte. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Hier die Aufstellung bei Dortmund. Natürlich Robert Lewandowski, man hat mit fünf Saisontreffern absolut top unterwegs in der Liga. Hier der HSV. Im Tor steht zur Überraschung nicht René Adler, sondern Viktor. René Adler ist auch gar nicht mit angereist. Ist anscheinend verletzt. Aber es wird auf jeden Fall gefährlich. Natürlich Raphael van der Vaart ist natürlich wieder mit dabei. Und vor allem Rudenevs, der soll die Tore machen. Gut, jetzt genug gelabert. Los geht's. Dortmund anschließend. Dann wird das ein Spitzenspiel am sechsten Spieltag eröffnet. Und natürlich beide Teams wollen hier die drei Punkte holen. Aber es wird natürlich ein schweres Unterfangen werden für beide. Jetzt Dortmund greift zum Beispiel an über Großkreuz. Großkreuz. Außen zu Schmelzer. Schmelzer. Und Dortmund nähert sich schon mal schön dem Hamburger Strafraum an. Immer noch Schmelzer im Ball. Schmelzer läuft erstmal quer über den Platz. Findet aber keine Anspielstation. Und spielt seinen katastrophalen Ball zu Blaschikowski. Und der HSV kann sich erstmal wieder hinbefreien. Aber Schmelzer holt den Ball gleich wieder. Jetzt Marcel Schmelzer. In der Mitte ist Robert Lewandowski. Lewandowski hat ja schon ein paar Mal die Saison getroffen. Lewandowski mit dem Schuss. Aber der war leicht abgefälscht. Und Viktor kann den ganz sicher festhalten. Und haut das Ding jetzt auch schon wieder weit, weit weg von seinem Tor. Aber Dortmund kommt wieder bei bis jetzt. Jetzt haut ihn sich von der Fahrt. Aber ein Faulspiel von Raphael. Deswegen gibt es nur Freistoß für Dortmund. Jetzt Zubutic zu Bender. Bender versucht irgendwie in die Mitte zu passen. Gelingt ihm ganz, ganz schlecht. Aber jetzt Dortmund sofort wieder dran. Piszczek, da wäre fast eine Konterschance für den HSV drin gewesen. Aber gut reagiert von Piszczek. Und Blaschikowski hat den Ball wieder. Jetzt Jakub Blaschikowski. Blaschikowski viel zu viel Platz nimmt mit dem Blaschikowski. Mit einem schönen Ball zu Marco Reus. Reus, aber da kommt er nämlich nicht mehr ran. Schade. Bisschen zu weit gespielt dieser Ball. Sonst wäre es eine riesen Chance gewesen für Marco Reus. Wenn er da hingekommen wäre. Aber so gibt es wieder nur Ballbesitz für den HSV. Aber den haben sie sofort wieder verschenkt. Und wieder Masse schmelzen. Zu Großkreuz. Großkreuz sucht eine Anspielstation. Verspringt der Ball. Verliert ihn erstmal. Und jetzt vielleicht eine Konterschance für den HSV über Elisiewicz. Elisiewicz wird hier von Mats Hummels zu stark bedrängt. Und er kriegt den Freistoß. Jetzt Freistoß von Westermann. Weit in den Dortmunder Strafraum. Aber erstmal aufs erste Kiel geklärt. Aber Plaschikowski verliert den Ball. Und ein katastrophaler Ball hier. Die Hamburger sind bis jetzt noch nicht richtig drin. War sogar im Abseitsgestand hier. Sehen wir es nochmal. Deswegen würde er wahrscheinlich auch nicht angenommen haben. Gut. Dann mit Freistoß vor Dortmund. Schnell ausgeführt natürlich. Direkt zu Mats Hummels zu Nürnisch. Natürlich. Die Dortmunder wollen jetzt langsam einen ordentlichen Angriff aufbauen. Weil bis jetzt einen gefährlichen Torschuss konnten sie in dieser ersten Viertelstunde nicht produzieren. Aber das soll sich jetzt ändern. Jetzt Plaschikowski. Plaschikowski. Von 4, 5 Dortmund hier um Zingel. Der kommt da nicht so richtig. Also Hamburg. Spielt momentan sehr defensiv. Jetzt Freistoß. Lewandowski. Robert Lewandowski mit dem ersten gefährlichen Schuss. War sogar noch leicht abgefälscht. Und es gibt den Eckball. Eckball ist schnell ausgeführt. Großkreuz. Aluminium. Subotic. Tor. Nein. Der ist drüber. Das gibt es doch nicht. Die Riesenchance. Subotic müsste gewesen sein. Zuerst der erste Kopfball von Subotic. Und dann der zweite auch noch drüber. Megadusel hier für den HSV. Sonst wäre es hier nach 17 Minuten der erste Treffer für den Borussia Dortmund gefallen. Aber so bleibt sie bei einem Glücklichen, muss man jetzt mittlerweile sagen. 1 0 zu 0 zwischen Dortmund und dem HSV. Aber die Dortmunder kommen schon wieder. Über Blaschikowski. Blaschikowski verliert jetzt mal gegen Marcel Jansen. Jetzt gibt es heute erst die Chance für Hamburg. Über Rudnevs. Rudnevs. Blaschikowski dazwischen. Holt den Einwurf für die Gäste raus. 2 zurück. Dortmund greift wieder früh an. Aber Rudnevs hat den Ball. Rudnevs. Da geht Nuri Schein sehr gut dazwischen. Jetzt ein schöner Ball zu Reus. Reus wird da vom Schiedsrichter leicht beirrt. Und Dortmund holt sich den Ball wieder zurück. Jetzt Blaschikowski. Ja, da war ein unfaires Foulspiel. Deswegen gibt es den Freistoß. Schnell ausgeführt von Rudnevs. Dortmund versucht sich jetzt hinten zu befreien. Gelingt momentan noch nicht so gut. Oh, und dann ein Riesenpatz hier fast von Mats Hummels. Aber jetzt fährt die Konterschance. Schöner Ball zu Marco Reus. Jetzt gibt es die riesen Konterschance. Jetzt Marco Reus. Reus. Auf und davon. Reus. Gegen Victor und ins Glück. Marco Reus. Da ist das Tor. Da ist das Tor für Borussia Dortmund. 25. Minute. Schön gespielter Konter. Hier sehen wir es nochmal. Der Pass kommt von Robert Lewandowski. Und dann rennt Reus. Und rennt, und rennt. Und da hat Victor keine Chance, den Ball zu haben. Da steht es hier nach 25 Minuten. 1 zu 0 für die Heimmannschaft. Und man muss sagen, im Großen und Ganzen ist das verdient. Dortmund war die drückendere Mannschaft. Und sie haben sich das Tor wirklich erkämpft. Und dann ist es passiert. Hamburg war zum ersten Mal ein bisschen aufgerückt. Aber das haben sie sofort ausgekontert, die Dortmunder. Und zum Beispiel steht es jetzt 1 zu 0. Aber es könnte vielleicht gefährlich werden. Und da ist Van der Vaart. Van der Vaart im Dortmunder Strafraum. Muss jetzt zurückspielen zu Badesch. Der jetzt zu Beister. Beister aber Schmerzen geht dazwischen. Gut geklärt. Situation erst mal wieder entschärft. Jetzt Großkreuz. Mit der Ball wieder zu Marco Reus. Das Reus. Van der Vaart geht da hart ins Geschäft. Aber Schiedsrichter sagt, weiter geht's. Jetzt Badesch. Zu Lamm. Er zu Beister. Hamburg drückt jetzt ein bisschen mehr auf sie. Natürlich, die liegen jetzt zurück. Die müssen jetzt schauen, dass sie vielleicht hier den ausleert zieht. Aber momentan steht Dortmund auch hinten sehr gut. Und es gibt Abstoß. Müsst ihr Abstoß geben. Und hier gibt es auch Weidenfeller. Darf sie den Ball zerstört mit zurechtlegen. Halbe Stunde ist hier gespielt. Mit dem Signal. Dunerpark Dortmund fiel mit 1 zu 0. Es ist ein verdientes 1 zu 0, muss man sagen. Weil sie haben wirklich gut nach vorne gespielt. Haben auch zurecht dieses 1 zu 0 erzielt. Und kommen jetzt über Großkreuz. Der ist außen zu Schmelzer. Schmelzer weiter zu Großkreuz. Schönes Zusammenspiel. Endet aber leider im Ballbesitz für den HSV. Aber jetzt Schmelzer wird hier angeschossen. Gibt den Einwurf für die Hamburger. Jetzt weiter Einwurf zu Beister. Das ist natürlich riskant, wenn man so einen Einwurf in die eigene Abwehr hinterschmeißt. Und da kommt Lewandowski fast dazwischen. Aber da kann sich Hamburg gerade noch hin befreien. Und jetzt Lamm. Aber Hamburg wartet jetzt langsam. Nach diesem Gegentreffer sind sie jetzt langsam aufgewandert. Jetzt gibt es die nächste Riesenchance. Aber da schade. Robert Lewandowski ist da leider nicht so gut weggekommen. Ist da leicht weggerutscht. Sonst wäre es verdammt gefährlich geworden. Aber so Hamburg wieder im Ballbesitz. Über Lamm. Jetzt zu Badisch. Oh, jetzt ist Dortmund ein bisschen offen. Rudnevs. Und da kommen sie sofort zurückgehalten. Der ist raus zu Beister. Beister gegen Schmelzer. Schmelzer. Ganz gut. Aber die Dortmunder stehen heute auch bis dato sehr gut in der Abwehr, muss man sagen. Bis jetzt noch keinen Fehler zugelassen. Und Blaschikowski setzt sich auch vorne wieder durch. Jetzt gibt es vielleicht die nächste Chance. Vielleicht mit einer Flanke in der Mitte ist Lewandowski. Ja, kommt Lewandowski hin? Nein, kommt er leider nicht hin. Und Hamburg haut das Ding erst mal wieder raus. Zu Raphael van der Vaart. Jetzt raus zu Beister. Auf der rechten Seite. Aber Großgeist geht dazwischen. Dann holt er zumindest mal den Eingruf für den HSV raus. Wir können die Dortmunder wieder nach hinten rücken. Und Schmelzer. Dortmund-Abwehr funktioniert heute wieder sehr, sehr gut, muss man sagen. Und Blaschikowski kommt schon wieder. Jetzt Jakub Blaschikowski. Blaschikowski. Dann läuft Lewandowski mit dem hohen Ball zu Lewandowski. War da ein Handspiel? War da ein Handspiel? Schiedsrichter sagt nein. Nein, aber das war sehr, sehr riskant, wie da der Spieler zum Ball gegangen ist. Aber Schmelzer sagt kein Handspiel, sonst hätte es hier einen Elfmeter geben können. Aber Hamburg kommt jetzt über Lisevic. Hummels schmeißt sich erst mal dazwischen und kann erst mal Zeit schienen. So, hier sehen wir es. Robert Lewandowski. Fünf Liga-Tore hat er schon gemacht. Momentan absolute Spitze. Und Hamburg kommt über Lisevic. Jetzt versucht sich Blaschikowski dazwischen zu schmeißen. Aber Lewandowski, Lewandowski kämpft hier. Kann sich den Ball aber noch nicht holen. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Die Nachspielzeit läuft bereits. Und Badisch kommt nochmal. Vielleicht der letzte Angriff jetzt für den HSV in dieser ersten Halbzeit. Aber Piszczek holt ihn sich. Piszczek holt ihn sich. Also Weidenfall hat er bis jetzt noch gar nichts zu tun gehabt. Einen Abschluss hat er ausführen müssen. Sonst nichts. Und Reus drückt sich wieder. Marco Reus drückt heute sehr aufs Tempo. Und die Dortmunder allgemein. Jetzt Van der Vaart zu Beister. Beister wieder schön zurück zu Van der Vaart. Wenn er versucht, die jetzt den Ball abzunehmen, schafft er momentan noch nicht. Jetzt kommt der Bass in die Mitte. Jetzt sind sie schon mal im Dortmunder Strafraum. Aber ganz schwach herein, glaube ich. So, und damit ist Halbzeit im Signal in Lüderpark. Borussia Dortmund fiert mit 1 zu 0. Dank Marco Reus in der 25. Minute gegen den HSV. Bis jetzt ist es verdient. Bis jetzt ist es wirklich verdient. Hamburg ist sehr schläfrig in die Begegnung gekommen. Und ja, hat sie zwar nach dem Tor gesteigert, aber richtig Gefahr konnten sie noch keine auswirken auf das Dortmunder Tor. Aber, ja, und der BVW ist souverän, wie sie das machen. Hätten natürlich schon mit Subotic mit diesem Kopfball in Führung gehen können, aber sollte ihn auch nicht sein. Erst nach diesem schönen Konter Marco Reus komplett alleine gegen Viktor. Und den macht er dann eiskalt rein. So, das war es mit den Höhepunkten für die erste Halbzeit. Mainz gegen Schalke. Momentan 1 zu 1. Das wäre natürlich schon mal wichtig, weil da können wir ein bisschen Boden gut machen auf Schalke. So, Fitness schaut noch ganz gut aus. Gut, da würde ich sagen, weiter geht's. Zweite Halbzeit geht los, der HSV in Anschluss. Und natürlich Dortmund will jetzt diese drei Punkte klammern. Also jetzt das 2 zu 0 nachlegen wäre natürlich jetzt der richtige Schritt. Aber wir müssen gespannt sein, wie der HSV aus dieser Halbzeit rauskommt. Wie der Trainer sich einstellen konnte. Und die kommen auf jeden Fall schon mal gefährlich. Aber Subotic sofort dazwischen. Dortmund lässt heute momentan der Abwehr nichts anbrennen. Aber jetzt kommt Lamm. Lamm wieder gegen Subotic. Subotic, klasse. Gut gemacht. Und jetzt ein schöner Ball zu Reus. Und vielleicht die nächste Chance für Marco Reus. Reus verfolgt von Badesch. Den kann er aber auch schon mal abschütteln. Jetzt in der Mitte bereits die Lewandowski auf die Flanke vor. Er ist zwar von zwei Gegenspiel umkreist. Trotzdem kommt die Flanke rein. Da hinten kommt noch ein Plaschikowski. Schöner Schuss von Jakub Plaschikowski. Der Ball nochmal in die Mitte in den Strafraum rein. Aber jetzt schafft es der HSV sich hinten raus zu befreien. Jetzt Elisevic. Verfolgt von Hummels. Hummels, wenn er den kriegt, dann wäre es natürlich wichtig. Aber dann ein unfaires Einsteigen hier von Mats Hummels, vom Abwehrchef gegen Elisevic. Er ist immer sehr zielt und zerrt. Gibt Freistoß für den HSV aus der eigenen Hälfte. Und sehr riskant ausgeführt. Das darf natürlich nicht passieren. Und jetzt Marco Reus. Reus. Zurück zu Lewandowski. Und er war schwach gespielt. Den hätten sie viel besser spielen müssen, wenn sie so einen Ball geschenkt bekommen von den Hamburgern. Dann müssen sie den natürlich viel besser verwerten. Jetzt Elisevic. Aber wieder nur die Scheine dazwischen. Also Abwehr kriegt momentan wirklich die Note 1. Jetzt Marco Reus. Reus außen startet Großkreuz. Den sieht er auch. Schöner Ball ist zu Großkreuz. Wenn er da hinkommt, dann wird es richtig gefährden. Großkreuz mit der Chance. Und Viktor ist dran. Und es gibt Eckball. Klasse Chance hier. Schön vorbereitet natürlich von Marco Reus. Dann kriegt ihn Großkreuz. Nimmt ihn schön an. Versucht aufs kurze Eck zu ziehen. Aber da ist Viktor sicher. Und es gibt Eckball. Jetzt wieder Eckball über Marco Reus. Mit dem Sleimandowski steigt hoch. Kommt nicht entscheidend zum Ball. Dann versucht ihn da noch Großkreuz quer zu legen. Aber wird leider abgefangen. Jetzt schmelzt er. Zu Nuri Sahin. Sahin. Oh. Verliert ihn dagegen. Beister. Aber Dortmund greift sofort mit zwei Mann wieder an. Und schön geblockt hier von Nuri Sahin. Gibt auf jeden Fall Zeit. Weil der Ball geht ins Aus. Gibt einen für den HSV. Jetzt zu Beister wieder. Großkreuz geht ran. Schafft es aber sich nicht den Ball zu erobern. Jetzt Van der Vaart. Von ihm eigentlich relativ wenig zu sehen gewesen in der ersten Halbzeit. Genauso wie von den meisten Hamburger. Jetzt gibt es vor allem die Chance über Lamm. Lamm. Vielleicht mit der Chance. Und da schmeißt sich Subut Hitcher zwischen. Das war richtig gefährlich. Aber Dortmund kann sich aufs erste Mal wieder befreien. Aber Hamburg kommt sofort wieder in den Ballbesitz. Über Beister. Beister aber jetzt Bender. Bender mit einem wichtigen Ballbesitz. Und jetzt geht Riesenchance. Außen startet Bender. Der kriegt ihn auch. Jetzt Bender. Bender mit der Riesenchance. In der Mitte wäre irgendwie Bela Evandowski. Der Schuss kommt. Und da wird er abgefangen. Riesen-Dusel in der Situation. Für den HSV. Weil hier im Hintergrund wäre nochmal Blaschikowski bereit gewesen. Und das Tor wäre komplett leer gewesen. Aber Dortmund bleibt weiter dran. Über Schmelzer. Jetzt Marcel Schmelzer versucht die Flanke zu bringen. Endet aber leider beim Hamburger. Jetzt Rudnevs. Rudnevs. Und sofort wieder Matsumis dazwischen. Also klasse. Super wie heute die Innenverteidigung zusammenspielt. Es fällt die nächste Chance. Jetzt ist Blaschikowski an den Blaschikowski. Und dann ist der Kopf da. Der Kopf von Viktor verhindert das 2 zu 0. Blaschikowski wollte ihn da über den Torwart drüber lupfen. Aber da war der Kopf. Da war der Kopf im Weg. Und eine Riesenparade hier vom Keeper im Hamburger Tor. Aber es bleibt hier weiterhin beim 1 zu 0. Gute Stunde ist schon rum. Und Dortmund kommt über Bender. Bender außen. Blaschikowski komplett frei. Dennoch freier kann man den nicht lassen. Jetzt Blaschikowski. Viktor entscheidet sich in Kasten zu bleiben. Und Blaschikowski kriegt den Ball. Jetzt Jakub Blaschikowski. Dreht sich ein bisschen in die Strafe. Und mal wenn der Schuss kommt. Wird aber geblockt. Aber Reus setzt nach. Marco Reus setzt jetzt nach. Die wollen jetzt das 2 zu. Die Dortmunder. Der Schuss kommt. Flacher Schuss. Aber den hat. Viktor sehe ich jetzt. Das würde ich sagen. Wir wechseln jetzt mal ganz kurz aus. Ein paar Leute sind schon ziemlich kaputt. Soll ich würde sagen. Miki Thalian da freien. Für Marco Reus. Der was halt gut gespielt hat. Außerdem Amini. Da habt ihr ja gesagt. Den soll ich öfter spielen lassen. Kommt für Nuri Sahin. Und. Ja. Den letzten wechseln wir nur auf. Vielleicht passiert ja noch was. Es ist noch nicht alles gegessen. Es steht nur 1 zu 0 für Dortmund. Das ist ein knappes Ergebnis. Hamburg hat zwar jetzt noch nicht so viel zusammengebracht im Spiel. Aber 1 zu 0 ist wirklich ein sehr knappes Ergebnis. Und Dortmund muss schauen, dass sie vielleicht hier jetzt langsam mal das 2 zu nachlegen und das Spiel für sich entscheiden. Jetzt Hamburg. Über Lamm. Guter Ball zu Beister. Aber schmelzt es dazwischen. Jetzt in der Mitte Großkreuz. Gut gemacht. Jetzt zu Marco Reus. Jetzt wieder zu Großkreuz. Großkreuz setzt sich da gut durch. Und jetzt könnte vielleicht die nächste Party abgehen. Über Bender. Bender. In der Mitte ist wieder Robert Lemanowski. Bender bringt die frühe Flanke. Bisschen zu kurz. Wir sind gleich ein bisschen zu kurz geraten. Aber Bender kriegt den Ball nochmal. Jetzt zu Marco Reus. Reus versucht es. Reus. Reus mit der Riesenchance. Und wieder ist Viktor dran und kann das Ding rausholen. Klasse Parade. Hier sieht man, dass Marco Reus viel zu viel Platz ist. Van der Vaart geht viel zu zärtlich ran. Und dann hält ihn Viktor überragend. Und es bleibt hier weiterhin beim 1 zu 0. Nur beim 1 zu 0 muss man mittlerweile sagen. So, jetzt gibt es den ersten Wechsel auf beiden Seiten. Hier sehen wir, dass Rinkon kommt von Badesch. Und Arminio Mikitalien kommt von Nuri Schein und Marco Reus. So, jetzt gibt es den Eckball. Kommt über Großkreuz. Großkreuz. Lewandowski, Lewandowski. Kopfball kommt, aber geht weit, weit am Tor vorbei. Schade, hat er da nicht aufs Tor platzieren können. Da hat er von zwei Spielen umringt. Und so gibt es Abschluss für Viktor im Tor vom HSV. Lässt sich lang Zeit. Haut den Ball jetzt weg. Und hier sehen wir es. Paraden. Viktor hat schon acht Paraden heute hinlegen müssen. Und Roman Weidenfeld noch keine einzige. Also Roman Weidenfeld in diesem Topspiel heute noch gar nicht geprüft. Und Lewandowski kommt schon wieder. Lewandowski, oh, das war ein schwerer Ball. Hat die Abstimmung nicht so ganz gepasst zwischen Blaschikowski und Lewandowski. Und Dortmund muss jetzt aufpassen hinten. Denn HSV kommt über Elisevic. Elisevic gegen Piszczek. Jetzt muss Dortmund zurückkriegen. Aber was war das für eine Hereingabe? Und Hummels haut den Ball erstmal unnötig weit weg. Er hat eigentlich viel Zeit gehabt, den Ball sicher zu befreien. Aber Großkreuz gut eingesetzt. Jetzt zu Bender. Pender versucht es alleine. Großkreuz kriegt den Ball nochmal. Aber es gibt Eindruck für Borussia Dortmund. So, jetzt der nächste Wechsel auf Seiten vom HSV. Raphael van der Vaart wird rausgehen, so wie es ausschaut. Heute ein sehr schweres Spiel von ihm. Hat eigentlich gar nichts von ihm zu sehen. Und für ihn kommt er jetzt so. So, jetzt gibt es erstmal den 1 auf 10 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, wir wechseln da auch noch mal ganz kurz aus. Und zwar, wen haben wir noch alles auf der Bank? Wir hätten Trauerä. Ich würde sagen, wir brauchen Aubameyang für Lewandowski. Vielleicht nur einen schnellen Kontersetzen. Das wäre es jetzt natürlich. Aubameyang ist ja ein guter Joker-Spieler. Hat sich in der letzten Zeit so kristallisiert. Und jetzt kommt nochmal Lewandowski. Robert Lewandowski in der Mitte. In der Mitte wäre einer komplett frei gewesen. Da war Armini komplett durch. Und Bender setzt nach. Bender kämpft jetzt. Bender momentan sehr gut unterwegs. Das ist der Riesenfehler, aber Bender kommt nicht hin. Jetzt Janssen hat den Ball. Aber schwach geklärt. Piszczek schmeißt wieder dazwischen. Und Dortmund greift früher. Also Dortmund ist wirklich in diesem Spiel die Mannschaft, die was, was tut. HSV stellt sich größt, da ist nur hinten rein und schafft nichts. Jetzt Hiraschek fängt mal einen Ball ab. Und jetzt könnte es sogar gefährlich werden. Suha. Suha hat viel zu viel Platz. Aber sofort wieder Subotic und Piszczek dran. Gut geklärt. Und schmelzt jetzt mit einem ganz bösen Fehlpass. Jetzt Bender muss das schauen, dass er vielleicht den Ball umgelegt. Jetzt Suha, Suha. Jetzt hat vielleicht HSV mal die erste Chance. Aber der war zu harmlos. Der war viel zu harmlos. Das war der erste Schuss aufs Tor vom HSV. Und das in der 88. Minute. Und es bleibt hier weiterhin nur bei einem 1 zu 0. Also es ist wirklich mittlerweile ein schmeihhaftes Ergebnis für die Hamburger. Aber die kommen noch über Ringkorn. Zu Jansen. Eine Minute Nachspielzeit gibt es. Schaut zuerst, es wird Aubameyang gar nicht mehr eingewechselt. Aber wir müssen aufpassen. Gut gemacht. Von Hummels. Jetzt zu Piszczek. Der weiter zu Plaszikowski. Das sollten sie jetzt eigentlich sicher haben. Jetzt zum Laufdauer. Lewandowski setzt nochmal an. Robert Lewandowski wird aber dann abgedrängt. Und Hamburg haut das Ding nochmal hinten raus. Aber Minimkopfball. Und da holt die sich Mkhitaryan. Aber HSV kann sich die Ball wieder zurückaubern. Jetzt ist Dortmund ein bisschen offen. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt kommt Rudnevs. Die letzte Minute läuft. Aber Subutac holt die sich. Haut das Ding nochmal weit weg. Pfeift mit dem Aus. Schiedsrichter pfeift. Noch nicht ab. Also es ist noch nicht vorbei. Jetzt die letzten Wechsel. Giroud kommt für Lamm. Und Aubameyang für Lewandowski. Aber jetzt pfeift er ab. Jetzt pfeift er ab. Jawohl. Da ist es. Das sind die drei Punkte. Borussia Dortmund gewinnt mit 1 zu 0. gegen harmlose Hamburger. Aber in der Chancenverwertung hat es heute absolut nicht gepasst. Nur 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Aber das ist egal. Das ist eigentlich egal. Die wichtigen drei Punkte sind da. Und damit können sie sich weiter vorne an der Spitze ansetzen. Und jetzt sehen wir es nochmal. Hier das goldene Tor. Marco Reus. Sein Tor. Das goldene Tor. Und hier nochmal die Riesenchance für Marco Reus. Die nächste. Reus ist ein sehr starker Spieler. Dann Bender hier. Oh. Wenn da hinten. Wenn der den durchlässt, dann ist Blaschikowski natürlich komplett frei. Und hier. Da war doch der Kopf, oder? Stimmt. Das war die Aktion, wo Blaschikowski Schuss mit dem Kopf geblockt wurde. Und das war der einzige Schuss von Hamburg. Also sehr, sehr schwache Begegnung hier von HSV. Der wird sogar nicht mal als Schuss gewertet. Sehe gerade. Also Hamburg hat heute nichts zusammengebracht. Dieses 1 zu 0. Mehr als schmeichelhaft. So. Schau mal drauf. Abwehr heute ganz gute Noten bekommen. Subutic mit einer 8,4 gut dabei. Marco Reus mit einer 7,9 auch. Und Hamburg. Naja. Bis auf Viktor. Eigentlich ziemlich schwache Noten bekommen. Gut. Weiter geht's. Und Schalke hat gewonnen. Schade. Ihr habt gehofft, dass vielleicht Schalke gegen Mainz patzt. Aber jetzt hat Schalke dann doch gewonnen. Gut. Da würde ich sagen, werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle. Schalke heute hat drei Punkte vor uns. Aber die haben jedes Spiel bis jetzt gewonnen. Also Schalke ist in der Saison bis jetzt sehr gut drauf. Aber wir haben noch nicht gegen die gespielt. Da wird sich das Blatt wahrscheinlich dann schon noch wenden. Bayern nur auf Platz 4. Haben bereits zwei Spiele verloren. Bisschen überraschend. Dann der HSV. Der hätte eigentlich nachziehen können. Aber die haben ja auch gegen uns verloren. Augsburg überraschend auf Platz 7. Und unten natürlich Leverkusen mit einer richtig schwachen Saison. Bis jetzt sieben Spiele. Fünf Punkte. Hannover auch nur auf Platz 17. Also die sind auch weit abgerutscht. Da wird auf jeden Fall eine interessante Saison werden. Wie sich Schalke oben schlagen wird. So. Im nächsten Spiel geht es gegen den SC Freiburg. Die sind momentan auf Tabellenplatz Nummer 10. Ja. Wird auf jeden Fall interessant werden. Gut. Aber ich würde sagen, für den Part war es das dann erstmal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.